Auch wenn man hier von unten heranschaut, wie viele Wurmgänge da rausgucken. Das ist ja schick. Hier der Senf, der alte Blender. Das er doch alles schafft. Hier war ja nur Senf oder was? Ja, also Salat halt. Ach so, ja. Aber das sind ja alles irgendwelche Senfarten. Ja gut. Und das ist eigentlich eine Mischkultur, wenn man sich das hier anschaut. Da ist ja auch noch Wicke drin und Vogelmiere. Hier, was macht die Gänge? Hm, gute Frage. Die Mini-Regenwürmer. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Bohnen. Keine Ahnung, wie machen das die kleinen Regenwurmbabys? Bewegen die sich in den Gängen der Mamas oder fallen die da einfach runter? Na ja, von irgendwas müssen die ja auch fressen. Die sind ja Eier, ne? Die werden ja nicht gesäugt. Aber die Wicke, da hat er auf jeden Fall Knöllchen. Ja, und die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wenn die so sind, oft schon rot die Knöllchen. und aktiv. Na klar, davon ernähre ich jetzt keine Paprika. Aber es lebt. Ja, hier. Ja. Wenn man jetzt mal drauf guckt. Ja, das ist jetzt recht blass. Das ist nicht aktiv. Ja, aber hier oben, das fängt an, ne? Ja. Und das wird jetzt mit der Lockerung unterstützt. Dann geht es auch nach unten weiter. Ähm, du machst es jetzt nicht mehr kaputt. Nee. Das wird schon. Das gleiche Bild. Hier will ich nochmal reingucken, weil der Spinat irgendwo so unschön war. Aber die Gare ist da, wenn ich schon so viel gefühle. Jetzt schaut das noch der Topf vom letzten Jahr. Hast du den eingearbeitet? Ja. Also ist das der Tomatentopf? Das ist, hier waren die Auberginen. Ja. Auberginentopf. Ja. Auberginentopf. Nee, den Topf, also ich habe halt so flach, da siehst du wie flach ich gearbeitet habe. Ja, krass. Genau. Und das ist noch Topf und dann geht es hier unten drunter weiter. Und von den Wurzeln von der Auberginen. Ein bisschen ist da noch was, ne? Aber das ist nur noch Haut. Mhm. Ohne Knochen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als das andere Beet. Ich überlege jetzt gerade, weil ich es da mache, weil die letzten Meter ja noch Zwiebeln stehen, ob ich dann da auch tiefen mache. Ich finde für das Broadforken braucht irgendwie noch einen anständigen deutschen Begriff. Grabe Gabeln geht nicht, ne? Genau. Ob ich das noch Grabe Gabel? Sollen wir das Grabe Gabeln? Ich sage einfach Tiefenlockern. Okay. Liebe Zuschauer, bitte in die Comments. Was schlagt ihr vor? Genau, machen wir eine Abstimmung. Also auf jeden Fall noch zu arbeiten. Ja. Hier auf den letzten Nähtern. Da gucken wir mal wie die Zwiebeln das Eck stecken. Die sind schon ja eh scheiße. Ich könnte einfach wirklich mit der Grabe Gabel in der Mitte machen. Nicht mit der Broadfork. Ja, das könnte man auch machen. Das ist eine Idee. Oder? Ja. Das ist eine Idee. Ich habe überlegt, ob ich mal ein Bild auch irgendwie fräse. Auch ob es schon wieder Regenwürmer vergleiche. Ja, da ist auf jeden Fall das Lockern. Aber hier oben, das ist der alte Fräshorizont, ne? Ja, genau. Jetzt kann man denken, wie die Zuckerrüben bauen. Und man sagt, man fräst mal auf 30 cm, dann schaut es nächstes Jahr überall an. Das ist die Frage, ob das dann so aussieht. Was sind wir jetzt gerade so? Was meintest du mit Fräshorizont? Das ist sozusagen die Bearbeitungstiefe. Also man kommt mit der Hand so weit wie ich mit der Maschine bearbeitet habe. Und darunter kommt ein harter Boden. Und das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Aber er könnte unten trotzdem lockerer sein. Also das ist jetzt richtig schön. So soll es sein. Also es dürfte vielleicht noch ein bisschen grob krümeliger sein. Aber es ist auch trocken. Und unten drunter, also diese Brocken, die dürften natürlich noch lockerer sein. Wenn man die mal so bricht, es sind Regenwürmer drin, es sind auch viele Regenwurmgänge drin. Ja. Also da wo es optimal war, da sind deutlich mehr Regenwürmer, wo ich noch mehr dafür getan habe. Aber das ist auch schon nicht schlecht. Und hier siehst du ja, die Pflanze geht in die Regenwurmgänge. Ja. Aber das ist jetzt nicht schön. Also das ist jetzt schon zu fest. Es riecht gut. Aber das Lockern würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Also es kann auch sein, dass sowas mal einfach nicht so gut riecht. Der riecht jetzt nicht stark, der kann es besser riechen. Also wenn du das mit dem vergleichst, so soll es eigentlich eher riechen. Ja, ich würde da schon reinpflanzen, aber ich würde auf jeden Fall das tief locker nochmal machen. Gucken wir aber nochmal an der zweiten Stelle. Ja. Und hier sieht man, dass es anfängt. Ja, genau. Genau. Hier das da. Die Strukturierung fängt an. Ja. Und das ist, ich meine, das erste Jahr jetzt. Ich denke auch, weißt du, das ist, man kann jetzt warten und so weitermachen und dann sieht es vielleicht in zwei, drei Jahren auch nochmal schöner aus, aber wenn man es jetzt lockert, dann geht es schneller. Ja. Und im Gewerkshaus, da darf man das ruhig machen. Da soll es sich rentieren, sag ich mal. Die Viertelstunde, dann ist man nicht viel Paprika hier unten, dass das wieder herrscht. Ich würde es im Freiland auf dem Marke Garten bieten auch. Ja, sicher. Also wo es zeitlich geht, mache ich es auch. Und ich denke, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn man mal hier guckt, hier war jetzt eben dann, hier ist so die Stelle, wo es angefangen hat mit der Staune, ne? Hier sind schon die Verfärbungen. Das riecht auch nicht so gut. Aber hier, das ist eingearbeitet, ne? Das ist jetzt nicht mechanisch da runtergekommen, sondern das ist biologisch da runtergekommen. Ja, das ist auch schön durchwurzelt immer noch, gell? Ich bin erstaunt, wie viele Wurzeln da sind. Hier ist auch Regenwohlenlosung. Ja. So weit unten, da ist einer. Genau. Also es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, aber merkst du was von der Feuchtigkeit auch, ne? Wahnsinn. Ja. Hier ist ja noch richtig feucht, ne? Hier können wir ja echt noch... Hier sitzt auch eine Schnecke unten drin, da sieht man mal einen in ihrem Versteck. Und hier ist die... Ja gut, das ist natürlich auch die Feuchtigkeit. Aber hier sieht es oben auch. Ist super schön durchwurzelt, aber nicht ganz so gut strukturiert. Also hier sah auch der Spinat gar nicht gut aus. Aber ich weiß nicht, ob es sozusagen nur an der... Ob es nur an der Feuchtigkeit lag. Oder woran es noch so lag. Jetzt sind hier natürlich auch die Gräser richtig ordentlich da. Ränder! Weiter hinten war es noch Staunessen. Hier habe ich halt schon gelockert auch. Also jetzt... Ich weiß nicht mehr genau, ob es wohin, aber hier ist auf jeden Fall schon gelockert. Vor zwei Wochen, glaube ich. Der Flick ist dann erst ins Spaten gecracked. Krass, der Wurm ist ja dunkel, ne? Ja. Da ist noch einer. Ja, Würfen hast du schon ganz schön. Hier haben wir auch wieder. Ja. Das ist... Könnt... Ja, Felssalat. Das könnte auch einfach vom Felssalat-Substrat. Oder so. Ähm... Sein, weil... Vielleicht schwer zuerst der Kompost. Aber vielleicht... Also ich... Ich weiß gar nicht. Pfff... Noch der Spinat. Topf. Wie viel Kompost ist hier reingekommen? Nicht viel. Ähm... 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 Maximal einmal dreieinhalb Liter pro Quadratmeter. Mhm. Und warte, wir sind jetzt im oberen Haus. Hier waren die Stangenbohnen. Ähm... Ein Chubkan Probeet Pferdemist war hier im Frühjahr. Und ein bisschen Hühnermist. Und dann halt ist der Mulch. Mhm. Und da hab ich bei den Stangenbohnen aber einen gröberen genommen. Älteren. Von dem ist jetzt nichts mehr zu sehen, ne? Ja, ein bisschen, wenn man... Hier so... Ja. Flach eingefräst halt. Ja. Und dann Felssalat einfach draufgesetzt. Mit dem Felssalat ging es eigentlich echt ganz gut. Mhm. Ähm... Ja, wenn er nicht umkippt. Ne. Also ich meine, er ist natürlich schon ein bisschen rein. Aber ich meine, der Mulch war kein Problem. Ja. Ja. Hier ist einer, da ist einer. Das sind jetzt natürlich Junge, gell? Die sind jetzt noch nicht besonders alt. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ja ein Lumbrikus, gell? Und das wahrscheinlich auch, oder? Gibt's da Unterschiede bei den Regenbauer? Ja. Und das ist das? Ja. Ja, da gibt's jetzt tiefgrabende und flachgrabende. Der kackt nicht. Ähm... Da gibt's jetzt... Also der... Der Lumbrikus ist der, der tiefgräbt. Der gräbt... Also bis zu zwei Meter oder noch weiter, weiß ich nicht genau. Rein. Und das ist sozusagen der große Tauburm heißt der. Und... Dann gibt's die anderen, die graben eher vertikal. Und... Also... Ähm... Ich will eigentlich gerne den Lumbrikus vor allem haben. Weil der richtig nach unten rein arbeitet. Mhm. Und richtig... Also dem seine... Dem seine Röhren sind auch sehr stabil. Dann auch in, weiß ich, 70, 70 cm Tiefe. Macht er schön stabile Röhren, die halt natürlich für eine Durchlüftung sorgen. Die für eine Drainage sorgen. Wie für... Also für... Autobahn für die Pflanzenwurzeln sagt, glaub ich, genau. Ne, so hat er das immer gesagt. Ähm... Hier sieht man das ganz schön. Ja genau, man sieht's immer wieder. Also... Hier siehst du auch, da war der Regenwurmgang und da sind überall die Wurzeln drin. Mhm. Und der kleidet die auch so aus mit so einem Schleim, wo deutlich... Also mehrfaches an Meerstoffen drin ist. Ähm... Hier das war auch der Regenwurm. Mhm. Und wenn... Ich mach's halt sehr, sehr wenig Bodenbearbeitung und auch keine tiefe Bodenbearbeitung. Aber wenn dann, so wie du's jetzt gerade machst, sozusagen, dass nichts nach unten kommt. Und wenn ich trotzdem will, dass sozusagen nicht nur oberflächlich sich bisschen was Organisches ansammelt, sondern auch unten was passiert, dann muss das unter anderem halt der Regenwurm für mich machen. Also... Mhm. Ähm... Und auch einen Haufen anderer die Viecher beteiligt, aber... Ja. 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 Ja.